Ja, folgt mir. So, in der Zwischenzeit bündere ich die beiden Dinger hier. Ein Schild. Große Schlagwaffen, beliebige Schlüsselwort des Kitar-General. Okay. Ja, eroberte die Füste der Kitar. Auf meinen Befehl, Jan. So, die drei Angeketteten hier, die lassen wir mal erst stehen. Na, jetzt will ich wirklich erstmal die Kitar-Jäger hier weghaben. Das Ding wieder erobern. Weil ich will die Totems haben, die ich brauche für diesen Wumpus. Ich will die ganzen Kita-Eliten, die noch da rumstehen, vernichten für Erfahrungspunkte. Ich will den Riesen töten. Ich will noch die zwei da oben loswerden und gucken, ob hier oben noch was Besonderes ist. Trefft Dunar am Kampfplatz hinter der Feste. Nachdem die Kita geschlagen sind, stellt sich Dunar nun mal einen Kampfplatz nahe der Feste. Trefft ihn dort, um die Sache zu Ende zu bringen. Ja, hab ich auch vor. Oh, da ist noch ein Waldläufer. Weil die Waldläufer haben zwar kein Level offiziell, sind aber doch sehr stark. Und da es meine Units sind, das sind grüne Units, kriege ich auch Erfahrungspunkte durch sie. Das ist ein Hinterhalt! So. Und ja, die einzelne Spinne da oben auch noch entlegen. Oh, das... Wir sind hier ohne Schutz! Oh. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Ja, ich sollte erst meine Truppen abziehen. Vorsicht! Gegner! EINST. Nie ist es nicht! Wir務ame back! Tschüss! Eh, das war feminiert mit der Fede Lars justamente auf Shinklau! In der Fede ja dacolored als man GRACIAS noch cked !" Ja, weil solange ich hier Erfahrungspunkte kriege, sollte ich das ausnutzen. Na gut, ich habe in Order of Dawn am Schluss etwas übertrieben, gebe ich zu. Hier ist das jetzt gerechtfertigt, weil ich weiß noch, dass ich am Schluss weinen musste. Was wollt ihr? So, ein kleines Haupthaus errichten. Na los! Eigentlich mit den Weitläufern sollte ich den riesen Daumen kriegen. Die sehen auch alle noch relativ gesund aus. Oh. Wie sieht das Le... nebenbei Lenia. Ich habe ja hier noch einen Lenia-Vorrat. Denen ich anzappen könnte. Was wollt ihr? Wo sonst? Lasst uns lieber Krieg führen. Ja, ja. So. Jetzt wieder hier hoch. Uns um den Riesen kümmern. Was jetzt? Ich bin müde. Wo sonst? Hm. Ja, mit den Lineasammerlern muss ich jetzt kurz warten, bis meine Weitläufer durch sind. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte nur das Gebäude drehen. Arbeit. Immer nur Arbeit. Ja. Lasst uns lieber Krieg führen. Was wollt ihr? Keulenmacher. Keulenmacher. Ist was. Keine Last. Schnitter Z. Und noch ein Keulenmacher. Tja, die Skärkigen Skärks, die sind weg. Dann erstmal die Kriecher hier. Wir werden angegriffen. Und hier ist der Gottstein übrigens. Komme ich irgendwie hier hoch? Ja, hier einmal außen rum. Mal gucken, ist da oben was. Also ja, jede Menge Totems, um die Kitarren an meinem Startpunkt loszuwerden. Okay. 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 Hier ist ein Kitz. Dann werde ich mit euch den Riesentöten gehen. Und ja, die Totems und noch die Bogenschützen-Weitläufer später, um den Wumpus loszuwerden. Erst werde ich die Totems verheizen, falls ich den Wumpus nicht damit schon tot kriege. Und dann werde ich die Weitläufer verheizen. Das Gebäude ist einsatzbereit. So. Jetzt. Das Gebäude ist einsatzbereit. Nein, diese hier. Aber jetzt erstmal den Riesen ausschalten. Fleißig Totem produzieren. Und ja, die Weitläufer lasse ich am besten dann hier warten. Während wir uns unser Monument, unser zweites, zurückholen. So, aber jetzt kommt erstmal der Riese dran und die Spinne vor allem. Ja, vor allem die Spinne, genau. Totems für Totem-Power. Tag, Großer. Wir werden angegriffen. Beuchlerarmbrust, Krankheit heilen und ein Lapislazuli. Ja. Und noch mehr Totems. Krieg. Krieg. Tue, wie befohlen. Krieg. Raal. Jawohl. Weil wir auch das letzte Mal gehen. Wir wollen Level 28. Und die letzten Totems. Und ja, mit denen können wir hier noch nichts anfangen. Mit den Magiern. Ja. Ja. Das ist ja teils die Truhe, die wir sowieso nicht aufkriegen und hier ist noch ne Truhe. Also nachher alle meine Totems noch da schicken. Weil wir waren Level 4, als wir das letzte Mal, oh und Punkte vergeben, war ja auch was. Also Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit und die zwei. Ja. Also Border of Dawn Charakter müssen wir das dann auch irgendwie wieder fixen.